herzlich willkommen wir möchten ihnen heute ihre chance als internet training center vorstellen wer sind wir mein name ist thomas isler die weiteren partner werden im laufe der präsentation vorgestellt ich übergebe jetzt an den zweiten sprecher erich weber hallo und willkommen auch von mir ich bin erich weber und möchte ihnen zeigen wie sie mit unserer unterstützung ein erfolgreiches internet training center aufbauen und damit gutes geld verdienen sind sie auf der suche nach einer neuen beruflichen herausforderung oder planen sie vielleicht den schritt in die selbstständigkeit wenn es ihnen spaß macht neues zu lernen und ihr wissen weiterzugeben helfen wir ihnen beim aufbau ihrer beruflichen perspektive millionen von menschen sind auf der suche nach einem zusatzverdienst einem zweiten standbein oder auch einer idee zur existenzgründung dabei stehen tätigkeiten im internet in der beliebtheitsskala ganz weit oben sie haben das internet training center genau das richtige produkt denn sie bieten eine webmaster ausbildung in technik und marketing dadurch erreichen sie auch viele quereinsteiger sie haben fixfertige schulungsunterlagen für ihre seminarteilnehmer und ein erfolgserprobtes marketing konzept unterstützt sie bei der gewinnung von schulungsteilnehmern ihre einschulung erfolgt durch erfahrene dozenten so dass sie sofort nach der trainer ausbildung starten können im rahmen ihrer ausbildung erhalten sie ein zertifikat über die erfolgreiche teilnahme und dürfen anschließend das logo worldsoft certified trainer verwenden das alles ist in ihrem kooperationsvertrag dokumentiert den vertrag können sie sich auf dieser website herunterladen ihr schulungsangebot ist einzigartig sie schulen ihre teilnehmer nicht nur technisch ein sondern helfen auch beim marketing sie erhalten komplette schulungsunterlagen für drei verschiedene kurse als besonderen bonus gibt es umfangreiche marketing und verkaufsunterlagen dazu dadurch bieten sie ein komplettes unternehmenskonzept und unterscheiden sich deutlich von anderen schulungsanbietern kommen wir nun zum geld verdienen sie können als internet training center auf zwei arten geld verdienen mit schulungen und provisionen starten wir mit den kurzfristigen einnahmen durch schulungen erich weber hat ihnen bereits die schulung kurz vorgestellt wir empfehlen ihnen folgende preise für die zweitägige webmaster ausbildung 690 euro für die eintägigen shop und online verwaltungen schulung je 290 euro wenn jemand alle vier tage bucht empfehlen wir ihnen einen sonderpreis von 990 euro das ist viel geld für sie ihre schulungsteilnehmer erhalten sehr hochwertige schulungen für eine überschaubare investition ihr vorteil alle einnahmen bleiben komplett bei ihnen sie zahlen keine lizenzgebühren oder ähnliches kennen sie ein geschäft bei dem sie 100 prozent der einnahmen erhalten ein weiterer sehr positiver aspekt sind die langfristigen einnahmen durch provisionen die von ihnen ausgebildeten webmaster erstellen meist eine eigene website für die dabei entstehenden hosting umsätze erhalten sie 20 prozent provision sobald die ausgebildeten webmaster für kundenwebsites erstellen erhalten sie 10 prozent superseller provision vom hosting das sind zweistufige provisionen die ihnen ein langfristiges sehr solides einkommen garantieren nun möchte ich ihnen ihre partner vorstellen die im jahr 2000 gegründete worldsoft ag ist der technikpartner die vorstandsvorsitzenden sind gert efflang und helmut jahmend die worldsoft ag hat ein eigenes rechenzentrum in neuchatel in der schweiz das selbstprogrammierte content management system wird von über 20.000 kunden genutzt die stärken des systems sind die vielen tools für business orientiertes internet so sind zum beispiel eine adressverwaltung ein e mail newsletter programm und ein online shop inklusive ein weiterer vorteil für den kunden sind die geringen kosten da er das system nicht kauft sondern für einen sehr geringen monatsbetrag mietet der zweite partner ist die webmaster alliance die webmaster alliance ist europas größte webmaster vereinigung mit über 5000 mitgliedern hier erhalten sie alles was sie für ihre arbeit benötigen sie und die von ihnen ausgebildeten webmaster haben zugang zu einem partnerbereich der sehr viele arbeitsmittel in den bereichen technik und marketing enthält sie können alles wichtige downloaden ein weiterer wichtiger bereich ist das webmaster forum sie können sich mit kollegen austauschen und stehen so nicht alleine da verschiedene listungsmöglichkeiten helfen ihnen beim finden von kunden nutzen sie ihre chance und lernen sie von den besten wir sind beide selbst seit dem jahr 2000 als webmaster tätig und führen seit vielen jahren eigene erfolgreiche internet training center mit denen wir viel geld verdienen alleine die aufgelaufenen hosting umsätze betragen jeweils weit über eine million euro und sorgen monat für monat für hohe vierstellige provisionszahlungen hier ein überblick über die dreitägige trainer ausbildung tag 1 gibt ihnen einen überblick über ihre möglichkeiten als internet training center sie erfahren die verschiedenen verdienstmöglichkeiten über direkte schulungsumsätze und provisionen dann schauen wir uns ausführlich die organisation und den ablauf eines infoseminars mit dem sie ihre schulungsteilnehmer gewinnen werden an der zweite tag ist der technik tag wir besprechen die wichtigsten punkte der drei ausbildung und zeigen wie sie diese inhalte ihren schulungsteilnehmern übermitteln der dritte tag beschäftigt sich mit dem marketing sie erfahren aus erster hand wie sie teilnehmer für ihre schulungen gewinnen der abschluss ist eine schriftliche trainer prüfung die verschiedene fragen aus den drei tagen beinhaltet am ende der schulung erhalten sie ihr trainer zertifikat damit können sie sofort erfolgreich als internet training center durchstarten die worldsoft ag hat 2011 ehrgeizige ziele und will in zusammenarbeit mit den neuen internet training centern den umsatz erheblich ausweiten deshalb bieten wir ihnen in einem einmaligen special die trainer ausbildung inklusive der itc lizenz zu einem mehr oder weniger symbolischen betrag von nur 490 euro an das bedeutet schon mit einer einzigen webmaster ausbildung verdienen sie mehr als sie für ihre trainer ausbildung bezahlen nutzen sie jetzt diese einmalige gelegenheit spätere ausbildungen werden 990 euro kosten pro termin stehen nur 50 teilnehmerplätze zur verfügung melden sie sich am besten gleich an um ihren platz zu sichern sehen wir uns in hannover oder in stuttgart wir würden uns sehr freuen bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald